Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Runde Let's Funplay Heroes of the Storm. Wir hatten dieses blöde Pferd hier gewählt. Also, Spezialfolge mit einem ganz lieben Besucher von Cicero Games, heißt du, glaube ich, der Kanal? Shows. Ah, Cicero Shows, genau, nämlich der Chris K. Servus! Guten Tag! Mit dabei haben wir übrigens auch den Paul und den Danny und einen Random, den könnten wir vielleicht nicht nerven. Guten Tag. Spezialfolge, wie gesagt, Joe Gahl. Das heißt, ich werde euch jetzt erstmal ein bisschen Joe erklären. Für Gahl machen wir da ein extra Video. So, Joe hat drei Talente. Und zwar einmal rasende Faust, damit kann man voranstürmen. Zum zweiten haben wir den verzehrenden Brand. Da entsteht ein Ring im Prinzip um Joe herum, beziehungsweise um Joe Gahl. Ähm, der, was macht? In Verlauf von vier Sekunden Schaden zufügt und Lebenspunkte regeneriert, wenn Gegner getroffen werden. Und dann haben wir eine Bowlingkugel. Ich nenne sie die Bowlingkugel, finde ich einen geilen Namen. Ähm, geht in die Gegner rein. Und Gahl kann dann diese Kugel zünden, um eine Explosion herbeizurufen. Finde ich übelst geniale Idee. Ja, hier jetzt zum Beispiel, zack. Sobald er sieht hier, Gahl, da muss er natürlich drauf achten, beziehungsweise ich kann die Ansage natürlich auch machen. Hier, die Bowlingkugel kommt. Achtung, und zwar... Komm, Danny, trau dich. Alter, nein, ich hab Angst. Trau dich, Alter. Und sobald Gahl dann sieht, dass es hier in der Nähe ist, hat er drauf geht. So, Alter, was ist denn das für ein kranker Typ? Was soll ich dann dagegen machen? So, zünden. Jawohl, aber wir hätten einen Bast. Na, wir haben ihn sehr... Dauerhaft Abator auf den Kopf der Kunde, Alter. Was soll ich denn da machen, ey? Aber, der kackt ja ein, ey. So, dann mal, Leute, für Truhen bitte gehen. So, als erstes haben wir uns entschieden, gegen ihr aufflammendes Bollwerk bei Joe. Gewehrt ihr Stapel, die die automatischen Angriffe verstärkt. Ja, bleib ruhig, ich hab übelst'n hier. Bleib ruhig ein bisschen drauf, ärgern dich ruhig. Warum sind denn noch drei in der Mitte? Was soll denn die Kacke, Alter? Solange wir unten kuschen können, ist alles cool, oder, Chris? Ja, für euch. Denkt dran, immer schön die Mine in die Tower reinrollen, dann rumbezüllen. Das haut so einen Schaden, Alter. Ohne Kacke. Ohne Kacke. Oh, Mann, ey. Ja, komm mal, ob man hier unten kuschen. Ich schätze, ich schätze, irgendwann wird er eh wieder genervt hier. Aber was ist denn so witzig? Ja, ich glaube auch, der ist relativ stark. Also, dann kommen wir's an. Gehen wir mal raus, sie haben ein Apertour sogar oben drauf. Außer einem Joe, das ist natürlich unfair. Scheiße. Ich hab... Ja. Als nächstes gehen wir auf versenkendes Fleisch. Für mehr Schaden. Oder? Ja, war's, ne? Genau, Jungs, hier. Ja, 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 ja. Okay. Ronin, Ronin, Ronin. Genau, damit... Okay, wollen wir meiner Mitte helfen hier, dass die nicht abgeben können? Die haben nämlich einiges eben abkassiert. Und dann mit deinem Siemertalent, ne? Fick die! Fick die! Fick die! Fick die! Fick die fetten! Denny's Lieblingswort übrigens, so als Milfer. Fick die. Er fickt immer die fetten. Chris, bleib ruhig drauf, ich hab hier... Ja, ja, bleib drauf. Okay. Meine, Alter! Nachher mit Swimtron, ha? Auf jeden Fall. Der macht nix und der fickt mich voll in die Fresse. Ich weiß nicht, ob das was bringt bei Geil. Äh, bei Show. Oder ob auch Geil davon profitiert, muss man mal sehen. Ja, alles klar. Von den Attack Damage. Na, go. Ich fick den Healer, ich fick den Healer, ich fick den Healer. Oh, komm, go, go, go. Wo ist der Karazin? Na komm, hältst du doch aber jetzt. Go, Paul, heal mich, heal mich, heal mich. Und hier, die Kugel. Die Kugel ist totes, komm. Oh, und zurück. Jawohl, und ruf. Komm, go, go, go. Ah! Fast, komm. Komm, die Kugel macht's. Komm, die Kugel macht's. Ah. Die Kugel macht's. Die Kugel macht's. Die Kugel hat's gemolken. Okay, jetzt zurückkommen. Die Kugel war's nicht. Was war'n das jetzt? Das war mein Blubber. Bitte? Das waren Schlümpfe. Ich muss weg. Denny sieht schon Schlümpfe. Ich mach mir langsam Sorgen um den Kleinen. Ich hab auch gehört. Ich hab auch gehört. Mach mal hier das Duplon-Lager weg, da hinten. Jo. Mach's weg. Genau, sag mir ruhig, was ich tun soll. Da steh ich voll. Ich bin gern da den O-Ton. Im Prinzip vom Play, was die Gegner machen, sind sie voll scheiße. Murky ist da oben schon an der T-Ampfort. An der T-Ampfort. Murky ist schon durch quasi. Wir sind immer aus so'n Camp hin, oder? Ja, ja. Mach weg. Und Chris, falls du's nicht bemerkt hast, hier haben sie auch die Statistik geendet. Ja? Ja. Achso, die haben, ja genau, die haben ne neue Anzeige, das kann man den Leuten auch mal zeigen. Spielt schon nach, spielt schon nach drei Stunden. Die Anzahl der Helden-Kills, äh, Kills, die Anzahl der Toten. Kills. Oh fuck, ich bin ja hier... Und nur die Beteiligten, ja, das ist jetzt mal interessant. Das kann nämlich Denny jetzt in Zukunft zeigen, dass er immer nur beteiligt war und selber nie durchgeführt hat. Ja, 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 genau. Der sagt nämlich immer, oh hier, guck mal, ich war bei jedem Kill dabei, ja, nach dem Motto, ich hab auch jeden Kill durchgeführt. Vielleicht hab ich's alles selbst gemacht. In Wirklichkeit hat er gar nix gemacht. Attacke, Denny. Das kann man euch mal sagen. Ja, Argen. So, Brunnen. Nein, greif einfach an. Ich kann doch keiner stun da. Nimm mal was von Brunnen, genau. So, dann versuch mal schnell das Camp, würde ich sagen, oder? Bumbe, auf. Vorsicht, da unten bei der Münzenkiste. Äh, Münzenkiste, nicht Camp. Oh, ja, Entschuldigung, Entschuldigung. Vielleicht... Oh, da hinten ist irgendwo Arbatoor unterwegs. Fick den! Da ist Karasim. Denny, die haben null Stun, kannst du ruhig ein bisschen... Denny, die haben null Stun, stimmt. Und die haben null Stun. Ja, wenn nicht, dann kommst du weg und ich heilig. Okay, ich hab hier ein Problem, Leute. Ja, ich bleib drauf, bleib drauf. Ich komme. Bleib ich da hinterher, oder? Ja, hinterher, Attacke hier. Wir kriegen die unten. Äh, weiter, 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 weiter. Ja, ja, hier. Sehr geil. So, dann haben wir vorher ein Schluger gesagt. Jetzt rasieren wir hier die Hütte. Da sitzt Abatür hinter der Wand. Ja, dann machen doch Platz. Wieso denn nicht? Okay, nee, lass, komm. Geht mal zurück, Leute. Wir sind ein bisschen sehr angeschlagen. Was willst du denn hier? Oh, hast gedacht. Oh, alter Schild. Ich dachte jetzt, das war's. Wer heilt den? Man heilt den Karasim wie so ein Stück Kot, oder? Ja, wenn der's skillt, dann heilt der wie ein Assi. So, bleib mal weg von meinen Leuten hier. Ich hab keinen Mana mehr, Leute. Geht mal zurück. Da heilt er wie ein... Oh, Hilfe! Nimm meine Dinger da! Ja, hab ich Hälfte. Ein paar hat er. So scheiße mit Abatür auf den Kopf. Chris! Bist du noch dabei? Äh, ja, warum? Wie heißen wir eigentlich? Ne... Chrisky. Chrisky? Chrisky, Alter. Chrisky. Chrisky, Chrisky. Ja, vor allem heißt einfach... Er heißt einfach Risk. Machen wir mal unser Hardcamp, oder? Chrisky, Chrisky. Chrisky, Chrisky. Chrisky, Chrisky. Ja, 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 ja. Was ist los? Ich lecke ein bisschen, glaub ich. Du leckst? Wen leckst du denn jetzt gerade? Ähm, das Internet. Ach so, du leckst das Internet? Okay, läuft dann wie geschmiert, oder wie? Das läuft wie Suppe. Wie für... So eine Scheiße. Da läuft die Butter. Okay, Leute, falls wir verlieren, wir wissen, wer schuld ist. Oh, ja. Da, jetzt schuldig. Danny. Ne, Murky. Immer der Random, immer der Random. Wir machen das gern unten auch noch, Chris. Wir holen da bei Ersten, dass du Blumenlager. Wir müssen die jetzt wegknallen. Wir müssen die wegknallen. Jawohl. Danny knallt gern mal ne Milf weg. Hey, doch mal ruhig. Da, der Karazim. Der Karazim ist hier, Leute. Danny, komm her. Der will die Dinger, aber der kann's klar wieder verlieren. Bombe läuft, Bombe läuft. Kommt ihr klar da unten? Ben! Nein, wir brauchen Hilfe. Seid ihr schon zwei in einem und macht, hat sich gerade gerade. Scheiße, ich krieg aufs Maul, Leute. Ach, ihr müsst doch sagen, ihr könnt ja nicht drinbleiben. Danny, äh, Paul, wo ist es an? Ja. Ich dachte, ihr kriegt das allein gegen Kasim. Übrigens, ja. Er war nur allein am Anfang. Danny, falsche Richtung. Aber dann kam er so ein dicker Schokal. Wo lauft ihr denn hin? Ja, es ist gerade eine sehr berechtigte Frage. Waren wir es denn drin, oder wo war die... Also, ich brauch definitiv den Schattenhammer hier. Yo, was denn auch? Sorry, doch, das ist Schattenhammer. Auf der Map jetzt mit der Kombination auf jeden Fall. Ja, dann nehm ich die Salve rein. Paul, lauf! Oh mein Gott, Paul! Ich komm dir entgegen, ich hab rein! Natürlich, der klont einfach den Schokal. Ey, wie spielt er das dann? Weiß ich nicht, der spielt ja bloß geil. Was ist denn das? Ach, der klont auch noch das Vieh, ey, unglaublich. So, ob es jetzt schon so unfair genug wäre. So, jetzt sammelt euch mal wieder. Das war jetzt nur der Fehler, weil wir unten nicht in der Gruppe waren. Ja, weil Paul nicht dabei warst. Ja, ihr habt nicht, ihr habt gesagt, der Hund ist ein Karasim und ihr wart zu dritt. Ja, und dann waren es auf einmal fünf Karasim. Da oben ist Karasim, der macht gerade den Blondager weg. Ja, da müsst ihr euch auch zurückziehen, wenn du... Wo jetzt ja einfach den Scho rausballern. Ich geb gar nicht einfach eine Stim-Drohne hier. Scho. Jawohl, komm, truff, 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 truff. Oh, nimm dir die Dinger. Kann da einer reinfliegen, mal schnell? Hast viel gebracht, Alter. Du hast da full life und holst dir die Scheiße ja nicht, ne? Scheiße. So, gehen wir mal runter zusammen, Leute. Na, auf geht's. Geben die schon ab, was haben die? Na, die haben neun, die könnten abgeben. Wann habe ich denn so einen Mana-Verbrauch, Alter? Jetzt haben wir rechts rum runter. Ja, ist Tykes. Natürlich, Alter, ich habe mit jeder E-Attacke von mir quasi 70 Mana, ey. Ja, die Crew ist erst langsam und dann wird sie schneller. Ah, okay. Und ein Karasim, unten Karasim. Den holen wir uns. Hab ich zwar jetzt das Ding verbraten, aber das war's wert. Und hier kommt noch Gerett. Jetzt haben wir wieder alles zusammen. Hier macht den Laser platt. Lauf, Chris. Jawohl. Oh. Jetzt bist du schneller. Es kommt. Aber vielleicht scheiße, scheiße. Das war sehr schlecht von Timing irgendwie. Ja, ich dachte, da kommt noch einer. Dann geben wir wenigstens schnell ab jetzt. Ja, los komm, Chris. Baller die Münster raus. Im Teamfight geht das bestimmt ab. Unten, 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 unten Deffen und Hardcamp. Dann gib doch auch immer ab. Ich geh mal kurz in den Schatten. Ach, wir haben schon genug. Ja, Hardcampen machen, oder? Jawohl, ich mach am liebsten was Hartes. Ja, ja, harte Sachen, ne? Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das sagen kann. Ich kann nicht schüchtern, wenn ich hier noch einen wohl so ungefähr an meiner Seite habe. Ich bin hier bei den Beknopften. Ja, ihr kippt, ja. Ja, genau. Krisk. Ja, bitte. Krisk, krisk. Ich bin hier bei der Krisk. Krisk, krisk. Du kriegst ne Sprachbehinderung, Alter. Ja, krisk. Du kannst hier akustisch lernen. Krisk auch. Du bist bei mir richtig. Du bist bei mir richtig. Krisk, bist du bei mir richtig. Du Lohnlager. Ab in die Mitte, Leute. Da, da, den müssen wir facken, den müssen wir facken. Der hat geaarnd zu viel, der hat geaarnd zu viel. Zack, ich hab'n. Jawohl, sehr geil. Äh, Attacke, Leute, Attacke. Basiert den Wichtel richtig, ey. Immer drauf, immer drauf, immer drauf. Sto, hast du den Flammen immer lieber? Der toff, oh, der fokust mich, der Wixer. Da, warum, da ist ein Healer, der ist fast tot. Weg da, weg da, weg da. Uah, ich hasse diese Ulti, ne? Jetzt hat sich der Healer geheilt. Attacke, Leute. Regulat sich, der Healer hat sich gehalten. Was für ne Ironie, Alter. Jawoll! Rein hinterher, der krieg ich da, oder? Ah, naja, lass mal lieber. Ja, weggestoßen ist scheiße. Komm, komm, komm. Ah, ne, okay, lass ma's, lass ma's, lass ma's, zurück, 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 zurück. Weg, 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 weg. Iiiiih, wo bleibt der hin? Wohrenst du hin? Wohrenst du hin? Wohrenst du denn hin? Ja, kriegst du, du, du längst doch die scheiße. Ich bin doch wieder da. Ich dachte, du wirst abgeben mit deinen fünf. Ja, ich geh jetzt abgeben. Meine Fresse. Wir haben zwei Level vorne, bleib doch mal still. Jetzt geben, jetzt geben wir, jetzt geben wir alle ab. Und ich krieg ne Heal, okay? Naja, ausnahmsweise. Kann ich back, kann ich back, kann ich back. Und dann darfst du Lohnlager, bitte. Jaaa! Welches? Und da, und da Softcam. Rechts oben, oder links unten? Unten erstmal, bitte, ja. Ich zieg gerne unten. Hier, kannst du schon glatt machen mit dem Publikum. Was? Murkys schon mit 100.000 Hellenschauen. Äh, Gebäudeschauen. Den lassen wir so pushen, wie verrückt. Alter! Ja, das ist das Geil mit nem Murky intim. Richtig kranke Stulle. Ich hab mal die Bombe jetzt nicht gezündet. Ja, ich hab's gemerkt, die ist ins Wasser gefallen. Ne, ich dachte, es sah mal special aus, wenn die ins Wasser fällt. Auf jeden Fall. Aber leider, war es einfach nur für den Arsch. Richtig. Geh mal kurz, ich geh mal kurz weg. Die machen oben die, die machen oben die Münzen-Camps. Nur zwar kann man ja sagen, man hat nen Leck, ne? Hier, kommt ne gute Achtung. Die müssten da noch mal Show killen, weil da hat nämlich 10 Münzen. Dann geht mal in die Mitte, Leute. Ja, Moral ist in die Mitte, juhu. Allein ist schlecht Moral. Nein, der ist Top. Ach, wieso? Ne, der ist Top, könnte man eigentlich Top treffen. Wie sieht denn deine Stimtron aus? Wunderschön. Okay, aber noch nicht. Doch, ist ready. Geh mal kurz ab. Ach, guck mal, was da unten liegt. Genau, tot in Minen. Aber du. So, falls, da kommst du auch mal her. Da ist hier Jogal übrigens, der läuft jetzt auch da. Ja, ich bin auf dem Weg. Komm, flieg mal her. Dicke. Da kommt ne Tu. Dicke. Was? Stimtronen-Attacke. Jawohl, auf geht's. Denny krieg ich nie. Alter, scheiß Laser, alter. Alter, fokuss mich hier. Der ist Karazim, Karazim, Karazim. Kugel-Heif, Kugel-Heif, Kugel-Heif. Scheiße. Scheiße, ich heile ihn falsch. Ah, what the fuck? Denny ist ins Bild gerannt, als du... Ach, Denny! ...als ich dich heilen wollte. Ach, Denny! Ach, Denny! Ach, Denny! Aber was ist denn? Denny schollt. Der Maul. Du bist ins Bild gerannt, als ich Chris halten wollte. Guck mal, da unten ist er aber zu grad unterwegs. Hier irgendwo. Hab ich gesehen, also den hole ich mir das Stück Scheiße. Bitte die Bitch, komm. Und jetzt gehst du in den Minen drauf von ihm. Er ist da unten in dem Ding drin. Hä? Jetzt ist er doch zurück. Wahrscheinlich dachte er, wir hätten es gesehen. Hm. Wenn's ja auch so klingt. Oder ist hier unten, ist ja auch noch irgendwo ein Schatten hier unten, ne? Nein. Okay. Machen wir mal Hardcamp, Leute. Und guck mal mal nach nem Boss hier, Mann, bitte. Es ist grad verdammt ruhig. Ja, wenn sie jetzt eh schon dabei sind, dann kriegen sie den auch. Ja, ne, ne, ne. Hin, 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 Mann. Na, da rennt doch mal hin. Es ist sauruhig grad. Du bist die fetteste Sau im Spiel und rennt doch mal, ey. Jawoll. Nicht nur im Spiel. Willst du ins Erlehen darin gehen? Das war nicht. Ja, dann mach mal schnell, hallo. Ja, mach mal hallo. Okay. Bist du... Mach mal Camp. Ach, willst du Boss machen? Was, 7000 Leben oder so? Renn mal da rein. Es ist riskant, Boss zu machen. Ach, was jetzt? Ich würde keinen Boss machen. Das ist riskant. Aber mach keinen Boss. Das ist jetzt wirklich sehr risky. Es sei denn, Paul hat hier Ding bereit. Ja, hab ich. Aber trotzdem ist es riskant. Ja. Kannst du eigentlich während Stimtrone läuft auch heilen? Ja, klar. Wir müssen zum Abgabepunkt. Wir müssen die blockieren. Jetzt können wir schnell Boss machen. Die sind noch alle unten. Nein. Die haben 10 Münzen. Okay, auf geht's. Ab in die Mitte. Mein Gott. Erwartet auf Chris. Was reimt sich auf Mitte? Bitte. Deine Mutter. Bitte? Ja, Alter. Die haben wir Half-Life hier. So, sind wir da? Sind wir drinnen. Auf geht's. Wo bin ich? Oh Gott. Kugel läuft. Kugel läuft. Wahnsinn, was? Voll der Fokus hat. Ich kann überhaupt nichts machen. Ich auch. Ich schaff's. Go, 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 go. Karasim, go, go. Schafft er nicht, schafft er nicht. Kriegt er, kriegt er, kriegt er. Kriegt er. Jetzt reicht doch so schnell er kann mit seinen neuen Münzen. Au, 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 au. Seid ihr alle tot? Ja. Geh weg. Chris, nimm deinen Kuh, nimm deinen Kuh, Chris. Deine Faust. Vorsicht. Ui, was kommt denn da? Hilfe! Der hat nur da. Wenn der vor dir steht, dann kannst du nicht auf den Kuh setzen. Ja, hab ich gesehen, dass der von da kommt? Ja. Hallo? Keiner von euch hat gesagt, Achtung, Joe kommt von links. Oh, das ist vielleicht ein Abatur, der ihn gegründet hat. Wir bringen voll einen auf den Sack, ey. Ja, das ist immer schlecht eine Aufnahme. Ihr seid doch scheiße seid ihr doch. Ja, das, das, ja, das ist aber, das ist, das ist eigentlich nichts Neues. Ja, ja, ja. Das ist eigentlich nichts Neues, ja, also das erzählst du meinen Zuschauern. Wo ist denn euer Schaden? Mein Gott. Also ich hab nen Schaden, definitiv. Ja, aber nicht den Schaden, wie ich meine. Äh, irgendwie, ähm, wo ist denn euer Schaden? Ja, ich hab mehr Schaden. 44.000, ja. Auf jeden Fall. Und ich bin Morales. Und das ist Murky, also wir machen alle keinen Schaden. Also Morales macht den meisten Heal. Eigentlich ist Danny und Gal müssen Schaden machen. Ja, Danny ist heute irgendwie ein bisschen lahm unterwegs. Äh, ich bin bei 44.000, was willst denn du? Oh, Boss, Boss, Leute. Die gehen hoch, die gehen hoch. Das ist voll, die kommen ausreichend 44. Ping mal an, ping mal an. Wir, wenn wir's jetzt da wegnehmen, dann haben wir alles wieder gut gemacht. Du bist der Boss, Boss. Aber geht aus dem Ding raus. Die gehen hoch. Hey, die sind doch da, guck mal geil. Das ist voll, na? Vorales, bist du da? Ja, aber zur Zeit können wir auch nicht viel reißen. Murky gibt ab. Ja, Murky gibt nur ab. Nee, die machen nicht. Noch machen sie nicht. Guck, dann guck doch mal hier in den schönen Aussichtspunkt. Kugel läuft. Äh, Kugel läuft. Was ist ne Kugel? Ich hab keine Kugel gesehen. Du hast keine Kugel gesehen, aber ich hab's noch andere gesagt. Ja, ich dachte, das ist, das ist irgend so ein neues Sprichwort. Achso, das ist die Bowlingkugel. Hier oben ist nur Abatür. Oh, das kleine Ding. Das war grad zu oben. Vielleicht da. Meinst du, die trappen uns hier? Da ist vielleicht Abatür? Geht da mal rein. Oder? Genau. Ich flieg über die Map und komm in der Luft in seine Mine rein. Was heißt das für ne Arsche? Wir haben abgegeben. Wir könnten schnell machen. Mit dem Drone. Ganz schnell. Jetzt komm. Ach, ihr seid so riskant, ne? Jetzt komm sie! Nein! Jetzt komm sie! Trapp sie, trapp sie, trapp sie! Ja, okay. Dann trapp mal sie hier, komm. Ich geh raus aus der Range. Ihr müsst mich beschützen, ne? Chara 7, Chara 7 fokussen, Chara 7. Ja, ich bin schwer auf Fokus. Der scheiß Abatür, Alter, der fickt. Hilfe! Kugel läuft, Kugel starten! Ich fokuse mich immer, ey. Alle Daumen machen! Auf, go, go, go! Danny, komm! Oh, die haben doch nichts mehr! Wo ist denn unser Murky? Wo ist denn der Fisch? Danny, die machen Boss gerade. Ja, Danny, die machen jetzt was? Ja, ha, ist mir schon klar. Danny, die machen Boss. Ja, die brauchen aber dann auch ein bisschen. Alter, geh mir nicht auf den Sack. Mit Murky, mit Murky-Ult schafft ihr das. Genau, Alter. Sein Murky war's wach, hä? Ne, in 16 Sekunden habt ihr Murky-Ult. Ja, guck mal! Ihr kriegt die Down, komm ihr kriegt die Down. Murky regelt's! Murky regelt's! Oh, schade! Oh, mein Gott, oh mein Gott! Danny, hast du Mutti! Da! Ah, Shogal! Jawoll! Sehr geil, Danny, hau ab! Jetzt werden sie sich überlegen. Jetzt hast du Murky-Ult. Jetzt hast du Murky-Ult übrigens. So ein Mist. Jetzt haben wir verloren, ja. Ne, ne, noch nicht. Das Spiel ist bei 0% erst Down. Oh, Murky ist jetzt tot. Oh, oh. Hä, wo ist dein Ei? Wer hat dein Ei gefunden? Keine Ahnung. Aber die ganzen Minions kommen grad. Wir müssen erst mal Deffen. Hm. Hm. Ja, Abatur und Shogal ist viel zu heftig. Ja. Ist brutal. Da kannst du Morales in die Tunnel treten. Hey. Ne, ist aber echt so. Wenn ich rausgefokust werde, von denen ist es echt schass. Jetzt muss Deffen. Ja, auch so. Abatur sitzt da bloß auf dem Kopf drauf. Mehr macht er nicht. Da haut es den weg. Wow, 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 wow. So, Kugel zünden. Wo hast denn die die hingeschossen jetzt? Ja, Richtung Boss natürlich. Nein, die ist woanders hingeflogen. Ehrlich? Ja, hinten dran. Kugel, Kugel, Kugel zünden. Ich seh nichts mehr. Hier ist alles rot und blau und blöd. Okay, cool. Alles klar. Wir haben einen Dau. Ich glaub, ich klipp Danny nächstes Mal jetzt in die Brunne. Ja, das ist... Macht mir Schaden. Ja. Ich glaub, das ist irgendwie bei Jogal nicht so. Das Ultimative. Kugel läuft. Die brauchen nur noch einmal abgeben, ne? Und die haben... Ja, wir gehen direkt in die Mitte am besten alle zusammen. Ne, die haben noch keine Münzen. Nicht genug zumindest. Guck mal, da ist ein Kugel. Jawohl. Geht mal zum Hardcamp. Geht mal zum Hardcamp. Vielleicht sind die... Bei uns haben wir so... Na, die... Die haben... Wennst du genug genug sind? Ne, doch nicht. Aber macht mal uns. Na ja. Ja. Ich weiß nicht, was die machen. Wo sind die hinten? Google läuft. Die machen wahrscheinlich Camps. Ja. Die machen Camps. Ja. Jetzt haben sie sechs. Oh, Leute. Die haben sechs. Die haben sechs Münzen. Die haben sechs Münzen. Okay, dann müssen wir jetzt zum Abgebepunkt. Abgabe. Abgebepunkt. Was hat ein Murky eigentlich? Schroger kommt von hinten. Oh. Hier. Von hinten. Der fickt mich. Ah, der ist scheiße Ulti. Kassi, komm. Haut doch mal raus da. Los, los, los. Ja, Chris. Das war jetzt kacke, Chris. Ja, das... Ich wollte eigentlich den Hammer zünden. Das Moment, ich hab da vorher schon drauf gedrückt. Du kannst das ja nicht beschädig machen. Tschüss. Ja, komm. Dann fickt der jetzt mal Schroger hier. Ich bin jetzt eigentlich schuld. Da ist noch einer, der den steuert. Hä? Ich steuere den. Mann, was will denn diese Ulti von mir? Doch, Chris, du steuerst den. Hilfe. Ja, ich steuer den, aber... Jemand anders, der macht auch noch was. Na und trotzdem, du steuerst mal. Mach mal den scheiß Karassin-Plan. Der geht mir so auf den Zeiger. Kugel, 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 aufzünden. In der falschen Richtung vielleicht. What the fuck? Jogal down. Chris, hängt dran. Du bist auch ein Assassine gleichzeitig, ne? Ich bin Imba. Chor geht down. Indert. Chor down. Chor geht down. Chor geht down. Ach, einmal mit Profis. Also wirklich. Hey, wir überleben es sogar. Warte mal. Nein. Es gibt gar nichts. Jetzt kommen die Kanonkugeln. Scheiße. Okay. Alles weiß ich so. Kann sich jemand irgendwie vor die Kugeln irgendwie... So. Danny, fang mal die Kugeln ab. Du kannst doch fliegen. Ach, Mann. Was war das denn jetzt? Danny, du musst dir helfen zum Pirat. Hauptsache noch ein Bild, weißt du. Das ist alles unterkannt. Leute, habt ihr gesehen, wie man Jogal nicht spielt? Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Lustig war das. Lustig war das.